Junioren-Event 2024. Es ging um War for Talents. Was muss ich in meinem Betrieb machen, um junge Menschen und Mitarbeiter an mich zu binden? Prozesse. Wie kann ich Prozesse verschlanken, dass das Arbeiten besser und effektiver wird in den Einheiten? Was ist unser Workplace to be? Drei Stunden im Bundestag. Intensiver Austausch mit dem FDP-Abgeordneten Max Morthos. Jeder konnte was mitnehmen. Jeder konnte sich beteiligen. Es gab intensive Diskussionen. Wiederholungsfaktor ist garantiert. Genau dafür haben wir die BVK-Junioren gegründet, dass wir heute hier in Berlin vor dem Bundestag stehen und heute im Bundestag so ein tolles Event hatten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020